So, hallo und alle zur nächsten Folge von Let's Play Minecraft Feed the Beast Ultimate und ja, wir haben hier ein paar Sachen eingesammelt und wir haben auch einen Dungeon gefunden, so eine Art, was Kleines, Feines, wo Kisten drin sind und wo eventuell wertvolle Sachen drin sind, aber wir suchen ein paar gewisse Dinge und dann, ja, ich würde sagen, wir leuchten so einen Tacken aus und killen jetzt ein paar Mobs noch hier unten mit drin. Ähm, wir haben hier einen Spawner, wo ich mal ausleuchten muss, ein bisschen. Offensichtlich killen mich nicht ganz komplett. So, und dann, zack. Wenigstens habe ich auch wieder Spawnen, obwohl, ist egal, ob ich die jetzt hier nehme. Ich habe ja genug sowieso von den Ruinen da, genug Möglichkeiten für Mobs Spawner. Wollte schon sagen, die nehme ich mit, aber naja. Das ist ein übelst krasses Loch, die Risse sehen teilweise verschieden aus. Und das hier ist ein Dimensionsriss oder ein Aura-Not, der irgendwie eine, keine Ahnung, welche Eigenschaft hat er denn. Sieht jedenfalls hart aus, heftig. Und dann so ein Zombie drin. Jedenfalls, ja, hier unten sind die Kisten, die blündere ich gerade mal. Und zwar haben wir was Spezielles. Taumium, Steel Leggings, Bronze Leggings und Steel Chestplate. Ähm, nicht das, was ich suche eigentlich. Koppertin und so und ein Kompass, aber nicht das, was ich suche. Schade. Schade, schade, schade. Aber irgendwie, jeden zunig ist hier so ein Knoten drin. Das habe ich schon rausgekriegt. Und hier sind so komische Lichter, die Ärzte verschwinden wieder. Kann man nicht schlagen, die sind komisch. Liegt da in diesem Wald hier. Ähm, egal. Jedenfalls weiß ich, wenn ich so eine Formation sehe, so einen kleinen Hügel, dass da vielleicht so ein Dungeon drin versteckt ist. Also das läuft. Da hinten ist noch irgendwas. Alter, was ist das da hinten? Das gucke ich mir gerade mal an. Looks very suspicious. Guck mal, hier sind Kaninchenhasen. Oh, wie süß, hä? Häschen. Dann würde ich mir eigentlich, kann man den schnappen irgendwie? Kann man, glaube ich, nicht. Ein Portion anziehen kann man wahrscheinlich. Kannst du ihn schnappen und dann mittragen und sowas. Ah, naja, an hinten. Oh, 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 oh. Was ist das? So, da sind wir wieder. Und es nervt mich gerade ziemlich stark, dass schon wieder hier das Teil abgekackt ist. Mitten geschlossen, ohne irgendeine Vorbehandlung. Ich weiß nicht, was da los ist. Das hatte ich noch nie bis jetzt. Nur in dieser Aufnahmesession. Vielleicht muss ich echt mal updaten und so. Boah, das ist richtig schlimm. Ich probiere auch nochmal was. Komm mal hier, kommst du gleich. Guck mal her, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Wie kann man die denn, kann man die irgendwie zähmen oder so? Ich glaube, die kann man zähmen dann als Hut benutzen. Wie das mit Streicheln? Das Problem ist, die verstecken sich im Gras. Da komme ich nicht dran. Bleib stehen. Geht nicht, geht nicht. Ich weiß nicht, wie man das genau macht. Nö, geht nicht. Vielleicht mit Karotten oder so, wird wahrscheinlich so sein. Aber, na. So, jetzt gucke ich mir das an. Ich habe das Vieh geschlagen und sofort ist abgestürzt. Mal gucken, ob es jetzt geht. Bitte lass es funktionieren. Und ich nehme mal kurz ein bisschen Steine hin zur Auswahl. Hier, das ist ein... Irgendwas, normaler Slime war das wahrscheinlich, ne? Ich hoffe mal, das ist normaler Slime. Das ist wahrscheinlich ein normaler Slime. Und irgendwas, wie ist hier noch ein Vieh rumgesprungen? Das da hier... Boah! Boah, was auch immer das sein mag. Oh, das macht hier übel Schaden. Alter, meine Leben. Ich darf mir, äh... Hast du das gedroppt? Irgendwas in der Land ist? Ich glaube, ich muss nicht auffassen. Ich muss mir mal eine vernünftige Rüstung und einen Scheiß machen. Ähm, das ist ja... Das ist heftig hier, finde ich. Das ist heftig. Kann man irgendwie hoch oder so? Gibt es irgendwas Spezielles? Ich hoffe, die Leben laden sich gleich. Aber hier geht es halt nach unten nochmal. Und da scheint noch irgendwas zu sein. Und das ist ein Riesen-Slime. Und oh, 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 irgendein Minotau. Wow, 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 wow. Da sind Minotauren und drin. Oh, wie viele Viecher sind hier? Äh, ich habe echt gerade Schiss zu sterben. Ohne Witz. Ich könnte mal die Bronze-Laggings durch Steel-Laggings ersetzen. Oder gibt das mehr Rüstungswert als Bronze? Nein, das bringt mehr. Bronze ist, glaube ich, wie dir. Ähm, aber das ist jetzt gerade hier ein bisschen heftig. Ich will hier... Ich traue mich echt schon gar nicht mehr runter. Okay, das ging. Das ging, das ging das Ding. Jetzt noch die Slime-Sappletten. Ich traue mich jetzt einfach runter. Wow, 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 wow. Alles weg, alles weg, alles weg. äh ja das ist jetzt gerade heftig, krasser Scheiße guckt auf die Minimap wie die Viecher herumlaufen ein Labyrinth, das ist unglaublich die Minimap äh ja finden wir das, was wir brauchen was wir suchen, ohne zu sterben es wird eine lange Reise werden eine lange und gefährliche Reise ist das ein Spawner, das ist ein Spawner ich weiß echt nicht wie stark die sind die sind saustark alter, die sind saustark ich fühle mich hier unwohl ich möchte nicht mit meiner Rüstung da rein aber zu selten ist finde ich saustark ich fühle mich stark unwohl ich wollte doch nur ein paar Kisten und hier ist auch schon wieder so ein anderes Vieh noch also der Forest ist echt hart also muss man aufpassen ähm könnten es versuchen ein wenig naja langsamer und sanfter das Ganze anzugehen bei den Vögeln das ist doch schön, oder? bei den kleinen Birdies dann läuft das doch so ein paar harmlose Sachen vielleicht so ein bisschen Kupfer wir könnten mal eine Query oder so bauen weil wir brauchen noch Ressourcen ein bisschen wäre ganz nice einfach mal so ein bisschen abbauen so harmlose Schäfchen haben wir hier das ist schön die mag ich lieber als diese Minotauren die auch mit Speed auf einen drauf rennen ich muss wieder die Rüstung machen weil ich halt so im Moment halt effektiv nicht viel aus mit dem Jetpack Zeugs kann man irgendwie nach unten gibt es hier noch ein Spezielles? Verstecktes oder so? ich glaube nicht naja jetzt gibt es nur das Fliegen die mich ärgern boah da haben wir noch Rentiere hier haben wir noch gar nicht gesehen ne? die sind auch friedlich ja das läuft Obsidian Totem Teil oder irgendwas Spezielles ich darf noch ein bisschen rum ähm gucken wir mal die Gegend so ein bisschen an können uns die dann ich glaube nicht in den Häusern was drin ist das wäre zu offensichtlich irgendwie ich gucke aber noch mal rein so einen kleinen Tacken ähm gucken wir uns gerade mal an einen Moment Kaninchen und Vögel ja das gefällt mir aber da unten da gehen wir erstmal in den anderen Battle Mode irgendwann mal rein wenn wir heftiger drauf sind hier ist boah spawnt irgendwas komisches boah ich geh aber gleich mal ab die sind eher noch gefährlich die Häuser als dass sie was bringen oder dass da was drin ist hier sind schon wieder so andere Vieh hier aber ich glaube auch wieder unter ja aber die sind echt saugefährlich muss man was sein machen ich laufe einfach ein bisschen rum und erkund ein bisschen die Gegend große Pilze schon wieder das andere Haus auf dem Spawner wahrscheinlich drin aber die nur tauchen unten ist nur noch zu heftig weil Jetpack Elefanten aber hier kleine blaue Elefanten ähm vielleicht gibt es unter dem Haus hier was das ist möglich und Häuser haben das öfters was drunter ja da ist was drunter geht doch ist noch steckte Kiste Federn sind drin Glistering Melons Seeds Federn würde ich gerne einsacken noch weil die sind nützlich Hennequeen ne das war wahrscheinlich Hennequeen Seeds die habe ich glaube ich aus den anderen Vieh da rausgekriegt aber naja trotzdem bei den Ruinen habe ich immer mal so ein Auge offen jetzt gibt es bestimmt mal was drin versteckt ich fliege einfach mal so ein bisschen rum und gucke mir mal die Pampe an was ist schon hart teilweise hier oh 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 ein Labyrinth mit Bossen glaube ich oder das ist ohne Bosse mit oder ohne ich weiß gar nicht oh das ist eine Dornhecke da kriege ich Schaden wenn ich drauf gehe ja da kriege ich Schaden wenn ich drüber aber ich kann ja zum Glück drüber fliegen an die richtige Stelle flubbern Monster Spawner oh nein das sind wilde Wölfe wilde Wölfe wilde Wölfe wilde Wölfe boah okay war seit Cobblestone ähm ja das ist das Problem hier gibt es gleich noch mehr von denen ich baue die Spawner ab hier oh da noch ein Wölfe puh ähm ich hoffe hier gibt es tolle Sachen drin oder nützige Sachen Firefly Cobweb und so Zeug boah ich muss echt aufpassen hier das ist richtig äh stressig und anstrengend da haben wir dann Knochen können raus und so Zeug ähm dann mit dem Weed okay ah was heißt nicht zwangsläufig aber ich nehme es mal gerade Melon Seeds brauchen wir auch nicht Cobblestone und äh Arrow Rose Feathern vielleicht Kaktus nein 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 ansonsten alles Schrott eigentlich so wo sind der nächste ähm oh hier am Anfang andere Kisse so also irgendwie habe ich das Gefühl Feat the Beast verarscht mich es ist nämlich schon wieder ausgegangen und es ist nicht gesichert worden alles boah ich darf dasselbe nochmal machen Feat the Beast ist gerade schon wieder einfach abgeschmiert ich weiß nicht was da los ist ich darf mich nicht aufregen aber ich weiß nicht was da los ist ähm ich check es einfach nicht was stimmt da nicht er ist einfach so wieder abgekackt jetzt darf ich hier nochmal ganz kurz den Dings ja nochmal so machen obwohl ich weiß dass hier noch in Kiste war ich wollte reingucken und wuff aus Flower Pot okay werden wir wahrscheinlich eh brauchen dann noch Willensie nö 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 das brauchen wir nicht so wo brauchen wir noch was hier in der Mitte sind oh vollgelegte mit Spawnern jedenfalls hier vorne da war eine Doppelkiste die haben wir abgegriffen ich gehe jetzt zum mittleren Spawnern zum Schluss wenn es dann ja bisschen entspannt bisschen entspannt bisschen entspannt noch äh okay hier sind Kissen zwei Spawner sind auch da das heißt die werde ich mir jetzt an und jetzt kommen gleich Mobs oder auch nicht oh schnell sein schnell sein ah danke 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 so gucken wir mal rein äh ein Diamant schön Flint und Pilz und sowas ne brauchen wir nicht goldener Apfel nehme ich mit ansonsten brauchen wir nicht ähm nö auch nicht ist ja nur schrottiges Zeug hier drin das ist ein bisschen schade ich würde ja mal erwarten dass es auch was sinnvolles gibt Schiers ach ne nicht wirklich kommt schon was sinnvolles auch nicht wirklich nö haut mich leider nicht so um ehrlich gesagt war noch kurz ne hier war ich schon das waren die dann waren hier noch zwei und dann eigentlich nichts mehr grob da ne nö das war's schon das war's das war's und Vulkan haben wir auch noch ist krass dass auch das Zeug noch hier mit drin generiert wird also von der Welt her oh da brennt was groß ab da kommt was auch raus aus dem Loch apropos kann ich schon mitnehmen aber hier was auch immer das sein mag Smoking Block ah ups sala du kacke der geht kaputt und fällt dann nach unten und dann ja aber das sieht sieht krass aus auf jeden Fall ähm ich glaube ich glaube man kriegt Schaden wenn man durchfliegt würde ich mal sagen hoffen wir mal einen Tacken weiter hier noch was spezielles ne was ist das ach das ist Wolle weil die Schafe gestorben sind ah ja also hier ist es echt gefährlich in dieser Welt ich flop auch noch mal ein bisschen hier durch ah bunte Schafe gibt's hier schon mal was heißen hier ne warum auch immer bunte Schafe schon wieder so ein Rauchding boah sieht doch echt krass aus muss ich schon sagen auf den äh Bäumen sind glaube ich keine Kisten drauf das weiß ich müssen uns Wendern diese kleinen Dungeons anschauen und da eine Kisten suchen Chatbank ist schon wieder halb leer also ist hier oh ja ja nichts zu unterschätzen eigentlich wollte ich was noch nicht machen ich wollte mich hier ein bisschen umgucken überhaupt mal reingehen und ähm ja vielleicht ein bisschen erkunden ein paar Kisten auseinander nehmen nicht so richtig schön so ein Elefanten von dem ich die ganze Zeit rede ich nenne die immer Elefanten weil das Elefanten für mich sind da Elephants na kommst du oder kommst du denn nicht droppt die irgendwas Spezielles nochmal die droppen glaube ich Weizen ne genau Weizen noch irgendwas anderes ich weiß gar nicht Minimum Shards auf jeden Fall oder gut wie die anderen Viecher auch aber trotzdem boah und oh da hinten geht es aber richtig ab hier sind noch auf der Map noch andere Viecher verzeichnet ich weiß gar nicht was go goblins oder so ein Glatz ach ne hier ist wieder ein Dungeon unten drunter drin ah ja ah ja ah ja künstlicher Berg mit so einem Dungeon drin so und zwar ich kann mich da mal reinbuddeln theoretisch ähm werden es gleich sehen ist das hier Roots das sind Wurzeln die droppen Sticks ah komm schon dann sind wir an der richtigen Stelle irgendwie halt hier reinbuddeln wir müssen eigentlich gleich was sehen glaube ich ich weiß dass hier Marble ist also im Normalfall auch bei dem Dungeon aber ah ja da jetzt sehen wir was jetzt sehen wir was hier unten drin da sind die ganzen Viecher hier ist alles voll einfach nur ich meine die sind viele Erze close sondern so es geht halt hier hochschießen aber boah wie willst du an das rankommen alles Erze wie so Tannenzapfen von der Decke hängen das Redstone noch jetzt müssen wir eigentlich übelst mal klären mal gucken auf die Map wie viele Mobster hier sind also oben rechts das ist einfach zu viel kleine Minispinnen und boah ups Splitshack weg verdammt ich hab gar keine Splitshack ich muss zurück ich muss zurück ich muss zurück aber naja ich merke mir das mal vor und ich würde sagen wir machen uns mal eine fette Rüstung dann stürmen wir die Bude hier das heißt ich muss mal kurz auf M M Waypoints New Waypoint Dungeon gut zu wissen jedenfalls dann Back to Game okay hier ist also der Dungeon Waypoint boah krasse Scheiße man sieht schon ein bisschen an den Mobs bei den Ansammlungen auf dem Minimap wo jetzt ein Dungeon ist und wo nicht hier noch die Dinger mit abmachen mitnehmen Zirp 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 geht's dann noch hier rüber auf der anderen Seite hoch oder ist ja noch was drin Höhlen normal denke ich mal ja normale Höhlen die sehen hier so aus auch Nian von oben wo irgendwas runterhängt boah Jetpack 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 hier ist wieder ah ok oh Eichhörnchen haben wir noch Eichhörnchen das nehme ich gerade mal mit boah das ist jetzt wieder eine Hochebene sag ich jetzt mal glaube ich und dann ist es wieder ein tiefes Tal irgendwie ich düse einfach mal rüber Jetpack als Fallschirm das läuft schon das läuft schon aber puh das ist echt hart hier das ist echt richtig hart hier apropos ich kann mal gerade hier gucken wir wissen ja hier gab es ja schon mal was ne ob hier was drunter zu finden ist oder ob es hier nichts mehr drunter gibt ich glaube wir bricht noch an zu bauen weil vorhin hatten wir eins gehabt ne da gab es hier nochmal irgendwie eine Kiste drunter ne ok scheint es nichts zu geben da scheint es nichts zu geben das ist jetzt auch immer ein bisschen komisch gestaltet ist das Lapis nein das ist Plugsichorium ich weiß mein Dings oder ist eigentlich in einer anderen Richtung aber trotzdem ich gehe mal kurz hier entlang ob ich hier noch was finde guck mal kurz in den Brunnen rein oder so oder vielleicht noch mal da ich glaube hier scheint ne hier nicht guck mal kurz hier rein ob da irgendwas ist sieht schlecht aus sieht schlecht aus hier war nichts mehr vielleicht noch in der Richtung und ich habe vergessen hier Stop zu starten aber ich würde sagen ich beende den Part auch gleich ähm leider nicht drauf geachtet nein hier gibt es auch nichts darunter schade gibt es nicht unter jedem so wie es aussieht ich gehe mal zum Portal zurück das ist hier echt hart finde ich musst echt aufpassen also wir knüpfen uns oder knüpfen ja doch wir knüpfen uns hier beiden Land uns mal ein bisschen vor also demnächst so ein bisschen ne und dann ja soll das gehen boah wie viele Ressourcen und Erze lass mich raus da bin ich nicht rein dieses Jetpack ich mache mir glaube ich aber keinen Solarhelm und hier ist oh Gott ein Boss äh ja das ist der Boss spawner das ist eine Riesenschlange wow das ist mir wohl zu heftig gerade mal weil ich auch nichts von losungstechnisch dabei habe das ist ein Bossmonster oh da ist es schon gespawnt nein 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 geh weg ähm ich weiß auch nicht wie es aussieht ob du despawnst wenn ich weg bin aber das ist echt zu hart für den Anfang jetzt gleich das würden wir mal wann anders machen ähm wenn wir ein bisschen besser zurecht kommen hier ne ich fliehe erst mal so ein klein wenig ich muss mal kurz vormerken ähm M Boss okay hier ist der Boss dann boah 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 zu stressig ich gehe zurück und dann ist auch schon die Folge Ende dann müssen wir uns mal ausrüsten dann zum Kämpfen und so dann klappt das hoffentlich ist aber gar nicht mal so weit weg vom eigentlichen Zwangpunkt hier da hinten das sehe ich da ein Laps dazu die Block ganz oben drauf okay naja ich verschwinde erstmal boah weg hier weg 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 von mir so Türe zu und ich mache jetzt hier gerade mal ein bisschen Feierabend die stemme ich jetzt hier in die Ecke ein Schmoll vor mich hin das war echt hart also in der Tauen fand ich ein bisschen zu krass ich muss gleich nochmal kurz Jetpack aufladen kann bei vielen Minuten ich bin in der Zeit wo ich weg war ist leider nicht weiter hier gelaufen die Anlage die ist explodiert schon wieder warum schon wieder zu viel Strom gemacht worden in der Art ich muss mal ähm anfangen die Conduits schmelzen oder bauen weil ich benutze hier nämlich die 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 Conductive Pipes und anscheinend ist es so dass bei den Conductive Pipes die Anlage nicht ausreicht also dass da zu viel Energie irgendwie gestaut wird ich habe mir gedacht da sind schon zwei dran geängigt ist aber noch so viel für zwei von denen das heißt das machen wir vielleicht doch in der nächsten Folge und dann gucken wir nochmal in Twilight Force rein können wir hier machen die Conduits oder so in der Art ich will stellen das Zeug nicht in der Tat damit ich Bescheid was ich machen wollte boah kein Platz mehr in der Tat egal dann äh bis zum nächsten Part und 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 na na jetzt und tschüss tschüss bis zum nächsten Mal 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 Bis zum nächsten Mal.